Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger, und heute geht es darum, wie wir in Teams als Organisator die Anwesenheit der Teilnehmenden überprüfen oder kontrollieren können. Es geht auch um die Frage aus der Sicht der Teilnehmenden, was kann denn eigentlich ein Organisator nachher alles an Daten darüber abrufen, wann ich teilgenommen habe, wie lange ich teilgenommen habe. Ich habe hier schon mal eine Besprechung vorbereitet, eine Besprechung mit zwei Personen, nämlich einmal mit mir als Organisator und dann noch einem Schulungsteilnehmer. Diese Liste der Teilnehmenden kann ich ja hier über Teilnehmer ausblenden bzw. anzeigen, sehen. Das kennen wahrscheinlich viele von euch schon. Jetzt kann ich hier über Teilnehmer und die drei Punkte eine Anwesenheitsliste herunterladen. Wenn ich das mache, dann sieht das an vielen Geräten im ersten Moment so aus, als wäre nichts passiert. Eigentlich sollte hier rechts unten ein kleines Bild erscheinen, wo drin steht, dass diese Datei jetzt heruntergeladen wird. Allerdings steht da auch nicht, wohin sie heruntergeladen wird. Sie wird in die Downloads heruntergeladen. Das könnt ihr hier sehen. Ich habe hier mal an meinem PC die Downloads aufgerufen, und da ist die Meeting-Attendance-List, also die Anwesenheitsliste. Das ist eine Excel-Liste. Wenn ihr die aufmacht, dann seht ihr in dieser Liste einen Namen, nämlich den Namen des Benutzers. Ihr seht die Benutzeraktion, beigetreten in diesem Fall, und auch den Zeitstempel, also wann derjenige beigetreten ist. Ich mache den mal wieder zu. Wenn der Teilnehmer jetzt das Meeting verlässt – das sehen wir ja dann auch hier in der Teilnehmerliste – dass der jetzt nicht mehr dabei ist, und er tritt später meiner Besprechung wieder bei – dann hätte ich ja letztendlich als Organisator beim Sehen hier nur den jeweils aktuellen Stand. Wenn ich mir das jetzt mal anschaue und hier die Teilnehmerliste, die Anwesenheitsliste herunterlade – Effekt ist wieder derselbe wie vorher. Ich sehe das nicht, aber wenn ich in die Downloads gehe, sehe ich, es ist jetzt eine neue Teilnehmerliste heruntergeladen worden. Wenn ich diese neue Teilnehmerliste jetzt aufrufe, dann sehe ich in der neuen Teilnehmerliste, dass der Schulungsbenutzer Online-Akademie Arno Burger das Meeting verlassen hat um diese Zeit und dann wieder beigetreten ist. Das heißt, ich kann als Organisator tatsächlich nachher sehen, wann ist jemand gekommen, wann ist er wieder gegangen und wann ist er wieder gekommen. Wichtig dafür ist, ihr dürft dafür das Meeting nicht beenden. Das heißt, wenn ihr als Organisator verlasst und ein Teilnehmer ist noch da und ihr kommt dann wieder, dann geht das. Aber wenn niemand mehr in der Besprechung ist oder ihr eben den Befehl Besprechung beenden wählt und dann erst später die Besprechung neu startet, dann bekommt ihr nicht mehr die Anwesenheitsliste von der gesamten Besprechung. Jetzt gibt es noch einen Punkt, den man wissen sollte. Es gibt ja inzwischen in Teams die Möglichkeit, Gruppenräume zu nutzen. Ich habe die hier schon mal angelegt. Es soll jetzt auch nicht um die Gruppenräume gehen, aber ich möchte euch mal zeigen, was hier passiert, wenn wir die Gruppenräume starten und dann nachher wieder beenden, wie sich das auf die Anwesenheitsliste auswirkt. Im Moment wird geöffnet, die Teilnehmenden sind also jetzt in den Gruppenräumen. Irgendwann gehe ich her und sage, ich beende das mit den Gruppenräumen wieder. Wenn alle Teilnehmer aus den Gruppenräumen zurück sind, dann rufe ich jetzt nochmal über Teilnehmeranzeigen die Anwesenheitsliste auf, schaue nochmal in den Downloads, mache die dort auf, und ihr seht jetzt, der Teilnehmer-Online-Akademie hat die Besprechung verlassen um 21.17 Uhr und hat sie um 21.18 Uhr wieder betreten. Es war eigentlich nur, er ist in einen Gruppenraum gegangen und ist aus dem Gruppenraum zurückgekommen. Ich glaube, das ist noch nicht, was Gruppenräume angeht und Anwesenheitsliste, der letzte Stand. Aber ihr merkt schon, in welche Richtung es geht. Es lässt sich hier eine ganze Menge mittracken. Insofern auch für den Organisator unter Umständen praktisch am Ende, bevor er das Meeting verlässt, sich nochmal die Teilnehmerliste abzurufen und dann eben zu sehen, wer war wann wie lang dabei. Ja, das war es auch schon wieder mit unseren Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da oder abonniert auch den Kanal, und gerne könnt ihr jederzeit eure Anmerkungen und Fragen in die Kommentare schreiben. Ciao!